Es geht nicht um das Relativieren der schrecklichen Taten dieses Mörders vom 20. Februar 2020. Wenn ein psychisch krankes Wesen Menschen ermordet, dann darf nicht der Automatismus mit Namen Rassismus durch Medien und Politiker eingeschaltet werden. Die Ermittler des Bundeskriminalamtes arbeiten derzeit an einem Abschlussbericht zum Attentat. Sie haben eine überraschende These formuliert. In der Analyse zum Täter heißt es, dieser sei in erster Linie nicht von einer rechtsextremer Gesinnung getrieben worden. Rassismus sei nicht das Hauptmotiv von ihm gewesen. Ich betrachte dieses Handeln als Beleidigung für alle unschuldigen Opfer, die dieses Wesen bestialisch ermordet hat. Ich bin kein Arzt oder irgendeine andere Art von Mediziner, um die psychische Störung dieses tötenden Wesens beurteilen zu können. Sicher erscheint mir jedoch, dass, wenn es zu einem Prozess gekommen wäre, der Tatbestandmord nicht die Basis für ein Urteil gewesen wäre. Es wird in den Medien sicherlich bewusst, auch sehr selten erwähnt, dass das Wesen nicht nur die ausländischen Mitbürger getötet hat. Sein Mutter wurde ebenfalls von ihm getötet. Die ältere Frau zu ermorden, kann wohl kaum mit Rassismus in Verbindung begründet werden.